Hallo Leute, mit dem Disrap gegen Juliens Blog bin ich jetzt fast fertig, aber ich möchte euch auch noch dran beteiligen. Wenn euch eine gute Rap-Line gegen Julien einfällt, schreibt sie in die Kommentare. Die beste Line werde ich dann in meinen Disrap gegen Juliens Blog hinzufügen und euch im Video am Freitag, wenn der Disrap kommt, namentlich erwähnen. Ihr habt Zeit bis morgen um 16 Uhr, also ca. 1 Tag ab. Da werden keine Lines mehr genommen.